Pongo, die größte Montage- und Verpackungsfabrik in Südchina. Mit bestelltem Speicher gute Chip-Warfer von Marke Toshiba, Micron, Kynix und anderen. ÖM-Service für viele Marken. Nachdem Warfer kommen. Mitschleifen. Schneiden. Und Zusammenbau auf Leiterplatten. Mit massiven Goldfarben, der nicht viel größer als der Durchmesser eines menschlichen Haares ist. Jetzt ist es Zeit, die Chips in Speicherkärten und USB-Sticks umzuwandeln. Wir verwenden sehr strenge Testmethoden, um sicherzustellen, dass Sie Produkte von höchster Qualität erhalten. Die Produkte werden von Hand zusammengebaut und getestet, um die beste Qualität zu gewährleisten. Jedes Speicherprodukt mit Geschwindigkeitsbewertung wird streng getestet. Unser fertiges Produkt umfasst eine SD-Karte, Secure Digital. TF-Micro-SD-Memory-Card. UFD-UDP-Modul, USB-Flash-Drive-Package. OTG-UDP, USB-Drive-Package, und andere halbfertige Speicherprodukte. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website customemorycard.usb.com.